Jo was geht Leute, willkommen zu meiner Smackdown gegen Raw Review von der letzten Woche, sie kommt zu später Stunde oder besser gesagt spät in der Woche. Das liegt daran, dass ich einfach nicht die Lust hatte sie zu machen und ja jetzt mache ich sie, weil ich habe gerade eine Phase wo ich halt nicht ganz so viel Wrestling gucke, ich gucke Smackdown, ich gucke Raw. Aber sonst NXT und Lichana und wie ich es sonst immer mache eigentlich nicht so richtig, NXT so ein bisschen und naja, bin halt gerade eigentlich am Star Wars gucken, dass eine Phase hier auch wieder bald vorbeigehen wird. Und deswegen möchte ich, wenn ich jetzt später so am Kanal, bei der Historie runter scrolle, wäre es kacke, wenn dann hier für diese Woche eine Review fehlt, deswegen werde ich das dann jetzt auch machen. Und ja, ich starte mal direkt mit Raw, Roman Reigns kommt am Anfang raus und sagt, dass seine Familie die WWE seit langer Zeit repräsentiert, er ist die Guy und weil er der erste US-Jam in seiner Familie ist, ist halt geil. Dann kommt Lana, sie sagt, dass Rusev ihn zu einem Rematch herausfordert, Reigns sagt, dass Rusev sich anscheinend nicht traut rauszukommen, dann kommt natürlich Rusev, es gibt einen Brawl und Rusev checkt Reigns mit einem Tritt über die Absperrung. Mein Handy hat mal wieder vibriert, wie es oft in diesen Reviews hier der Fall ist, dieses Mal werde ich nicht drauf gucken, ich muss jetzt einfach mal beiseite legen. Und ja, steht dann mit dem Titel auf der Rampe, es wirkte so, als wenn er jetzt einfach, dass ich denken würde, yo, ich klau mir den jetzt einfach mal. Aber dann kommt natürlich Roman Reigns mit einem Superman Punch noch einmal von hinten und es ist angekündigt worden, dass das Rematch eine Hell in a Cell Match sein wird. Und ja, ich bin jetzt nicht so nahlich gehypt für das Match, weil man das jetzt doch schon oft genug gesehen hat. Ich glaube, ein Käfig, das kann ganz cool werden, aber wird jetzt auch nicht so extrem krass werden. Also ist auf jeden Fall nix, worauf ich mich jetzt so extrem krass freue, ist okay, aber die Fede sollte danach auch bitte beendet sein. Dann hatten wir ein Cruiserweights Rematch von Clash of Champions, nämlich TJ Perkins gegen Brian Canrack. Und es war, finde ich, echt nice, es geht direkt schnell los mit vielen kleinen Aktionen, gerade von TJ Perkins. Und ich frage mich mal wieder, wie machen die das mit den Ringseilen und den ganzen Kram, denn die sind ja auf einmal dann lila statt rot, beziehungsweise in dem Fall, weil die Ringseile weiß und pink, warum die pink waren, da zukommt später noch. Und das weiß eigentlich auch so gut wie jeder, der die WWE seit länger als einem Jahr guckt, beziehungsweise seit dieser Woche. Und ja, man hat nicht gesehen, als sie an der Ringecke waren bei den Polstern, dass da unter das originale Ringseil ist. Das heißt, sie wickeln da tatsächlich irgendwas drüber, dass es dann lila ist. Das ist dann anscheinend die Erklärung dafür. Naja, das Match war jetzt echt so extrem lang und wurde insgesamt schnell geführt. Und durch eine Submission gewinnt am Ende Kendrick, das war ein echt schönes Match. Und ist auf jeden Fall da, damit ist das Rematch noch einmal um den Titel, denn das hier war jetzt kein Titelmatch, gibt bei LNSL. Und ich hoffe dann, dass diese Fäde abgeschlossen ist, weil ich möchte ja irgendwie gegen diesen Grand Metal League, möchte ich T-Shirt Perkins hier als Fäden sehen. Weil da sollen die Matches vom Cruiserweight Classic auch heftig gewesen sein, beziehungsweise das war ja glaube ich das Finalmatch. Deswegen wollte ich jetzt auch gerne mal einen Main Roster sehen, weil ich halt auch gerade in meiner Phase, wo ich jetzt so viel Racing gucke, auch nicht die Lust habe, das Cruiserweight Classic, was ich ja nicht geguckt habe, zu gucken. Ja, danach gab es ein Rawlins und Michael Cole Interview und ja, Rawlins sagt halt, er soll eigentlich nicht bei Raw auftreten und eigentlich nicht mal nach L.A., wo diese Raw-Ausklage war, kommen. Und dass Kevin Owens der Titel einfach geschenkt wurde und er ihn sich halt selbst geholt hat. Das ist immer, naja, so ein bisschen so ein zweischnelliges Schwert, weil wie er ihn dann verteidigt hat, das ist ja denke ich mal bekannt. Und er sagt, dass Owens ihn nicht ersetzen kann und ja, dass er die Kevin Owens Show canceln wird und er immer noch The Man ist. Mir gefällt dieses Aufbauelement, dass er halt jetzt, also die Art und Weise, wie da rangegangen wird, dass er halt sagt, no, der ersetzt mich nicht, ich bin immer noch The Man, mir gefällt das Ganze. Also mir gefällt die ganze Feder an sich relativ gut. Naja, dann hatte Braun Strowman mal wieder seinen Jobber Match und ich fand den Jobber, muss ich mal sagen, den fand ich echt geil am Mic. Und ich fand der Jobber so aus wie ein Fantasien-Punk, als er noch lange Haare hatte ohne Tattoos. Und naja, er hat ihn halt einfach kurz und schmerzlos, äh, schmerzvoll natürlich, zerstört. Und dann wird halt gefragt, yo, was kommt als nächstes? Und Strowman sagt, yo, Foley, du Lappen. Ich hab keinen Bock mehr, mein Talent hier verschwenden zu lassen, ich möchte nächste Woche einen richtigen Gegner. Das heißt, für die nächste Raw-Ausgabe wird es spannend, wer der richtige Gegner von Braun Strowman werden wird. Wahrscheinlich wird es eher ein normaler Superstar, der auch sehr squashed wird. Also irgendwie sieht das für mich im Moment so ein bisschen so aus, als wenn der langsam ins Titel geschehen kommen wird. Also bitte nicht, das will ich nicht unbedingt sehen. Naja, also am Mic hat auf jeden Fall bei uns Strowman auch seine Stärken an der epische Stimme, wie ich finde. Danach waren Sascha Banks und Bayley Backstage. Und, ja, es wird angekündigt, dass das Women's Match um den Titel, das ja für die Raw angekündigt war, das Main Event Match sein wird. Und damit sind sie das erste Mal seit Trisha und Lita, in 2004 war das, glaube ich, dass die Frauen in den Raw Main Eventen dürfen. Und das finde ich, haben sie sich auch verdient, man sieht es richtig, bei Sascha Banks, dass sie sich extrem darauf freut, dass sie es erreicht hat, dass die Women's, also nicht nur sie, dass alle Women's Wrestlerinnen, gerade die 4 Horsemen, es erreicht haben. Dass die Women in eine Raw Main Eventen dürfen, das finde ich jetzt echt schon cool. Ja, finde ich einfach nice. Ja, danach kam Kevin Owens in den Ring, um Raw-Lens zu antworten. Ich habe gerade Luft im Bauch, deswegen muss ich öfters mal irgendwie stoppen, deswegen nicht zu wundern. Und ich bin müde, weil ich gerade Schule und deswegen bin ich müde. Naja, der Jericho ist auch dabei, der hatte seine List auf Jericho am Start. Und, ja, uns geht direkt auf das Interview ein. Und sagt so, auch, by the way, Cole, you're terrible. Find ich nice, wie immer auf Michael Cole. Und Baron Sexton, jetzt hier nicht, aber sonst auch immer, eingehen und ziehen, plattmacht, vielleicht auf jeden Fall ziemlich. Und, ja, er meinte halt, ja, warum soll das Seth Rollins ein Rematch bekommen? Und Jericho sagt, dann, ja, ich bin jetzt hier nur im Ring, weil uns ja nicht beste Freunde sind. Ja, wir sind halt cool. Und, naja, dann... Hier halt sagt, Owens, Jericho sollte der Referee vom Rematch sein. Und... Oder war das Jericho? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Und dann wird auf jeden Fall... Das ist auch noch was, was Jericho dann sagt. Und Owens halt auch. Ja, das Jersey, was Chris Jericho hat, das ist jetzt halt sehr teuer, ne? Halt, wie er es auch mit seinem Schal und den ganzen Kram so macht, das finde ich auch nett. Und, ja, Jericho sagt dann aber... Ey, das ist eine ganz gute Idee, aber wie wär's denn, wenn wir beide den New Day um die Tag Team Titel herausfordern? Und, ja, dann würden sie halt Geschichte schreiben. Weil sie beide zur selben Zeit Universal und Tag Team Champs werden. Das finde ich lustig. Wie auch immer sagt, wir sind der Universal Champion, so in der Art. Und Jericho sagt dann auch, dass Kevin... Äh, hier, Dings. Kevin findet das dann aber nicht so geil. Denn, ja, das sieht man einfach in seinem Gesicht. Jericho hakt dann noch, dass es jetzt nicht so wäre, als dass er Owens nach einer Titelchance fragen würde. Da ging auch ein schönes Raum durch den Hänger, das fand ich echt nice. Und Kevin dann auf einmal richtig nett. Und so, ja, Mann, alter, Chris, die Idee mit den Tag Team Championships, das ist eine super Idee. Und der, ja, fand ich war wieder echt unterhaltsam von ihm durchgezogen. Dann kommt der New Day und sie sagen, ja, wir sind besser befreundet als Chris Jericho und Kevin Owens. Und, naja, der New Day kommt halt einfach auf die Liste. Und, ja, Bicky kommt dann auch nochmal einzeln auf die Liste. Xavier Wurz lacht ihm deswegen aus. Und dann kommt er auch rauf und er so, no, no. Also er nimmt das so richtig ernst. Das feiere ich einfach extrem. Und, ja. Dann versucht Wurz noch Owens zu dissen mit. When was the last time you just jumped over anything? Die Crowd rast wieder komplett aus. Und ich fand das auch geil, wie der New Day also abgegangen ist. Als ob das wohl eine heftig Überlein gewesen wäre. Und, ja, Owens will, dass Wurz auf die Liste kommt. Und Jericho schreibt ihn ein zweites Mal auf die Liste. Das ist einfach so geil mit der ganzen Liste. Und, naja, er wird angekündigt, dass Jerry KO ein Match gegen den New Day später willkommen. Ja, dann sieht man, wie Cesaro und Seamus in der Halle ankommen. Und die beiden streiten sich. Ja, war ja nicht anders zu erwarten. So wird es auch noch weiter durchgezogen werden. Bis sie irgendwann entweder harmonieren werden oder die Fede wird fortgesetzt. Da hat das ganze Techniktitel geschehen im Moment eh nicht durch Blicke. Aber dazu später. Ja, beziehungsweise jetzt. Nein, doch später. Da habe ich mich gerade auf meine Notizen ein bisschen verlesen. Denn da wurde das Match halt alles offiziell angesetzt für die Raw-Ausgabe. Naja, dann hatten wir belangloses Sami Zayn gegen Titels O'Neil-Match. Also ich bin wieder abgegangen und habe mich gefreut, dass Sami Zayn rausgekommen ist. Weil Zayn feiere ich halt extrem. Und er gewinnt zum Glück ziemlich schnell. Und mit, naja, zum Glück halt einfach. Also er ist einfach gut. Schnell und deutlich. Ja, was macht man jetzt mit Zayn? Was macht er da gerade überhaupt? Der hat schon wieder keine Fede. Und die Fede gegen Jericho hat dann ja wohl immer klar verloren, da ja nichts mehr kommt. Also ich kann das echt nicht nachvollziehen. Und ich kann einfach nur hoffen, dass er an das für Zayn kommt. Weil, was soll das? Die versauern Sami Zayn komplett. Das ist Potenzial, was hier nicht genutzt wird. Und das regt mich einfach auf. Naja. Auf jeden Fall war dann Foley bei Cesaro und Shemers. Und er sagt halt, was er auch schon die letzte Woche gesagt hat. Ich glaube an euch und ihr sollt zeigen, was ihr halt drauf habt. Na, dann gab es ein Match zwischen den Club und The Golden Truth, was auch belanglos war. Und, ja. Die kriegen nicht mal einen Entrance, Karl Lassen und Luke Gellows. Und, naja, der Club gewinnt natürlich. Und, naja. Die sagen halt beide, dass sie jetzt die Technik-Division hier auseinandernehmen werden. Und, naja. Dann kommt die beiden Typen, dessen Namen ich immer noch nicht kenne, die bei der letzten Raw-Ausgabe schon mal mit Chris Jericho, die bei den Titan-Tron-Wortwechsel hatten. Und, ja. Die waren dann halt Backstage. Die trefften auch Chris Jericho und Owens. Und, naja, die klauen dann erstmal die Liste auf Jericho und lesen daraus vor. Und, da steht auf der Liste auf Jericho, okay, stupid Idiots halt. Superstars, die wir WrestleMania gegen Fandango verloren haben. Das finde ich immer noch so genial, wie Jericho immer wieder damit aufgezogen wird, dass er gegen Fandango bei WrestleMania verloren hat. Und, vor allem, wollte man Fandango damals eigentlich wirklich pushen, oder was war der Plan damit? Also, so ist einfach ein geiler Running-Gag entstanden, fand ich. Und, naja, die beiden sagen, sie sind wie Bruder. Chris Jericho sagt daraufhin, dass Owens wie Zwillinge sind. Und, naja, dann sagen die beiden komischen Promis, nicht Promis, wie auch immer, die ich nicht kenne, ja, dass sie halt dabei sein werden bei dem Tag-Team-Match. Und Jericho sagt, okay, haltet euch aus diesem Match raus. Sonst bekommt ihr, geht raus aus dem Bild, kommt aus der anderen Seite wieder rein. Jetzt von einer anderen Position. Das fand ich wieder so lustig und awesome. Also, wenn ich awesome bei dieser Raw oft sage, dann im Verbund mit Jericho und Owens, weil die beiden immer das Highlight der Raw sind, vom unterhaltungstechnischen Faktor, finde ich. Naja, auf jeden Fall haben wir dann im Ring Enzo und Cass mit drei Frauen, die den Krebs besiegt haben, denn diese Krebs-Kram hier mit dieser Susan G, ich weiß grad nicht, wie es weitergeht, wie sie schon mal da heißt, das ist ja jeden Oktober, da ist das mittlere Ring sehr hellpink gefärbt. Es ist eine sehr nette Aktion von der WWE und jetzt muss ich selbst entscheiden, ob man das jetzt bei einer Wrestling-Show bringen möchte oder nicht. Ich sehe da jetzt keinen großen Sinn drin und bin auch eher der Meinung, dass es eigentlich nicht so komplett rein gehört, aber trotzdem gönne ich denen das und würde die auch niemals da auspummen, wenn die da wären, weil sie haben halt einfach den Krebs überlebt und das ist eine schöne Sache und es ist für einen guten Speck, deswegen kann ich darüber hinweg sehen und wie man erfährt, ist auch die Partnerschaft jetzt auch seit fünf Jahren, ist ja auch ein schönes Jubiläum und ja, dann macht er noch ein Bordspiel mit Susan G als Susan Certified G und dann bekommen sie alle einen Woman-Titel, weil sie es survived haben, ein Raw Woman-Titel natürlich und das war eine nette Aktion auf jeden Fall und ich fand es geil, wie es einen Fail gab, als sie den Titel enthüllen wollten, das Tuch darunter nehmen wollten, das ist ein bisschen gefällt, das fand ich ganz lustig. Ja, soviel dazu, danach hatten wir New Day gegen Jericho und Kevin Owens und hieß es nicht letzte Woche, dass Cesaro und Sheamus in der nächsten Woche ein Tag Team Titelmatch bekommen? Also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann war da mal was. Wo ist denn das Match jetzt gewesen? Ich meine, ich finde das schon ein bisschen komisch gebuckt, wenn das dann für einmal nicht kommt. Naja, ich durchschaue die Tag Team Division im Moment eh nicht, also ja, ist ganz ehrlich so, gegen wen, gegen wen kämpft eigentlich nur der bei Hellen SL? Wird er, ist jetzt, ja okay gut, das wären dann Cesaro und Sheamus, wenn alles andere wäre komplett dumm. Ich denke, man hat es jetzt einfach so regelt, dass sie jetzt bei Hellen SL gegen die kämpfen werden, ungefähr so. Und, naja, das Match startet auf jeden Fall. Und Owens springt erst am Anfang provozierend über What's, na, hier, siehst du, wie ich hier über etwas sprengen kann, was auch extrem geil war schon wieder. Und ja, Grief ist relativ nice am Kommentatorenpult, weil, als Chris Jericho die Gifter-Jericho-Pose macht, sagt er so, oh mein Gott, wir vergessen, wir dringen in, Mann. Ach, Grief ist echt einfach nur cool. Ich achte nicht groß auf den Kommentar während des Matches, aber wenn mir jemand echt positiv aufhört, dann ist es Corey Graves. Oder Grace. Grace oder Grief, wird eigentlich ausgefrochen. Na, Corey Graves war gleich so leuchtig, die Gausprache für ihn. Und, naja, da waren halt durchaus unterhaltsame Sachen während des Matches von Kevin Owens und Chris Jericho bei. Dann kommt auf einmal Seth Rollins, lenkt Kevin Owens ab, was den New Date dazu bringt, den Tag zu machen. Aber, Woods kommt leider in der Aufgabe von Jericho und, naja, dann lenkt Rollins Chris Jericho ab und der New Day kann dann letztendlich Woods finischen und gewinnt dieses Match. Und, naja, Minigal und Rollins noch Chris Jericho in Pedigree, Owens kommt sein besten Freund nicht zur Hilfe. Und dann heißt es halt, ja, anscheinend hätte er doch keine besten Freunde. Naja, dann sehen wir Charlotte Backstage bei Tom Phillips und sie sagt, dass Sascha Banks bald Geschichte sein wird, halt so ein Standard-Gelaber. Dann sehen wir Seth Rollins und Stephanie Blackman. Rollins sagt, dass sie ihm nichts mehr zu sagen hat, er wird alles alleine, äh, alle... Äh, ne, sie sagt ihm, dass er alleine nichts mehr schaffen wird, weil er jetzt kein Shield und keine Authority hat und er ist ersetzbar. Und dann haut Rollins erstmal raus, dass es die zweite schlimme Entscheidung von Triple H. Die erste war, dich zu heiraten. Das ist einfach Zerstörung pur. Fand ich echt geil. Und ja, dann gab es das nächste Cruiserweight-Match mit Rich Swann gegen Tony Nese. Und das ist einfach nur krass, wie leise die Krog beim Cruiserweight-Match ist. Ich meine, ich kann den Match jetzt auch noch nicht so krass viel abgewinnen. Also so ein Plyrkins-Match schon, weil so ein Plyrkins... Der sagt halt für mich schon irgendwie so ein bisschen was aus. Hat da so ein bisschen Charakter, während ich Swann, der ist ganz cool. Aber ich finde die beiden eigentlich an sich... Haben jetzt nichts, was mich umhaut. Ja. Nese gewinnt das auf jeden Fall. Der Finisher sah schwach als fuck aus. Weil es nichts Besonderes vom Match. Ja. Und dann kommt eine Viennierte. Dass Emma bald zurückkehren wird. Und zwar als Emma-Lina. What the fuck? Was soll das? Was macht man damit? Wie kommt man da auf so ein... Es hat komplett beschissen klingenden Namen. Und warum? Was? Ich kann mir jetzt darunter vorstellen, dass es jetzt so ein Gimmick wird. So... Oh, ich bin Emma-Lina. Ich bin fabulous. Ich bin so geil. Ihr seid scheiße. Also so ein richtig bitchiges Gimmick. Und da habe ich Angst vor. Weil Emma... Die war eigentlich als hier so voll gut. So wie sie eingesetzt wurde. Und... Ich glaube voll das Gefühl, dass dieses Gimmick jetzt scheitert. Und dass das an Emma die Schuld dafür bekommt. Und... Das will ich einfach nicht. Weil gerade Emma jetzt auch ein Loch schlüpft. Äh... Halt was in der Livas... Äh... Wo man zu müssen entsteht. Einfach... Füllen kann. Schlimm ist die Gäste. Das verstehe ich auf jeden Fall nicht. Naja. Dann hatten wir das Match von Cesar und Sheamus gegen Michael Jobber. Und... Naja. Eine coole Aktion hat das Match. Nämlich ein DDT von Cesar über den Hawkman and Sheamus. Der aber auch nicht ganz glatt ausgeführt wurde. Der war ein bisschen bocci. Aber sie gewinnen natürlich. Ja. Fein Kommentar. Weil jetzt... Einfach nichts. Was man groß erwähnen kann. Sollte. Wie auch immer. Das wird jetzt wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen in der Cell so weitergehen. Und dann kriegen sie da ihr Titelmatch. Naja. Danach gibt es ein Hype-Video. Zu Charlotte und Sutter Banks. Und das war natürlich mal wieder göttlich. Wie man es halt von Hype-Videos der WWE kennt. Backstage trifft dann auch Charlotte auf Bailey. Und... Naja. Sie macht sie halt fertig. Weil sie nicht im Main Event ist. Und Dana greift dann nach dem Charlotte weg mal nochmal Bailey an. Bailey macht sie am Platz. Und Dana schreibt... Äh... Es hat dann eine Beinverletzung. Das heißt man hat sie für den Main Event rausgeschrieben. Was da schon mal... Halt... Der erste Schritt war. Naja. Dann kamen wir auch schon zum Main Event Match. Sascha Banks gegen Charlotte um die Women's Child Bandship. Und bei mir war auf jeden Fall Big Time Feeling vorhanden. Und zwar komplett. Ich war komplett drinnen in diesem Match. Und... Naja. Match war finde ich auf jeden Fall gut. Auch wieder ein bisschen bocci. Die beiden können es besser finde ich. Aber es war ein absolut würdiger Main Event dieser Raw Ausgabe. Und naja. Sascha hat sich beim Suicide Dive mal nicht getötet. Sonst landet sie da immer äußerst... Unvorteilhaft sag ich mal. Das war dieses Mal nicht der Fall. Und... Charlotte... Naja. Attachiert halt den Nackenweg und den Rücken. Weil das ja von der Story auch so die Verletzungspunkte von Sascha Banks waren. Da hat Sascha Banks ein Comeback und... Bei kleineren Sachen da botschen sie halt wirklich... Regelmäßiger. Aber... Das ist nichts allzu Schlimmes. Aber es ist ein bisschen abwertend dann vom Gesamtbild des Matches. Und... Naja. Alle Aktionen dieser Sacher kassiert sind gegen den Rücken und gegen den Nacken. Da denkt man schon so. Alter. Aua. Das tut auch weh, Mann. Und... Dann dachte ich mir, Alter. What the fuck? Was hat ein Charlotte da gerade gemacht? Das war... Ein Corkscrew-Moods war einfach... Von da oben runter. Was... Wer hätte das erwartet? Oder... Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Aber ich kenne den U-Versetter. Aber... Alter. Wie krass war das mit dem... Ich dachte schon gleich, der Standard-Universal von Charlotte. Was ja auch schon heftig ist, gerade nach da draußen. Und das auch noch für eine Woman's Wrestlerin. Aber dann haut sie da so... Eine Aktion raus, die ich von Neville erwartet hätte. Also da ist mein Respekt zu Charlotte nochmal um so einiges gestiegen. Denn ich bin kein Charlotte-Fan. Aber ihre Leistungen im Ring und auch am Mikrofon, die muss man einfach respektieren, weil die einfach echt gut ist. Und... Alter. Das Match, finde ich... Hat er auf jeden Fall dieses Awesome-Chance verdient. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es die gab. Ich glaube, vereinzelt gab es die sogar. Und... Ja. Da gab es halt das Bank-Statement von Sascha Banks. Und einen Einroller. Danach von Charlotte wie beim SummerSlam. Aber... Sascha kommt raus. Es gibt wieder das Bank-Statement. Und Sascha Banks ist Champion. Und... Ja. Das... Finde ich auf jeden Fall erstmal richtig geil, weil ich könnte es ja so krass und ich hoffe, die Run wird länger gehen. Aber ich fahr' mich echt, wo will man jetzt darauf hin? Man hat kaum einen Moment im Roster, um langfristig viele verschiedene Fäden zu machen, und die großen Momente, die werden dann einfach bei einer Raw verschleudert. Also tut mir leid, das finde ich, ist jetzt nicht unbedingt zielführend. Also... Das hätte ich mein Pay-Per-View echt lieber gesehen. Aber ich denke, man hat das jetzt gemacht, um dann als Rematch jetzt halt ein Hell in a Cell Women's Match zu machen. Wo man dann das auch hätte so machen können. Deswegen... Ich verstehe es nicht schon, dass es bei der Raw passiert ist, dass Sascha Banks gewonnen hat. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ein Hell in a Cell Match gibt, weil es nochmal was anderes gibt. Weil sonst sieht man immer, dass selbe Matches wird ja auf Dauer auch langweilig. Und ein Hell in a Cell Women's Match ist, glaube ich, das erste... Ich kann mich auf jeden Fall an keinen Sinn erinnern, was es gab. Das ist das erste Hell in a Cell Women's Match. Bin ich mir sehr sicher. Und das will ich unbedingt sehen zwischen den beiden, weil ich denke, dass sie auch was rausfangen können, was man nicht von ihnen erwartet. Also, ja. So viel auf jeden Fall zu Raw. Ich fand die Raw... Die war nicht schlecht, fand ich jetzt. Er hatte zwar seine langweiligen Momente, aber dafür auch absolute Highlight-Momente. Wie zum Beispiel halt die Sachen im Main Event. Und, ja. Dann kommen wir mal zu SmackDown diese Woche. SmackDown begann damit, dass Bray Wyatt kommt. Und er hatte ein Match gegen Kane. Und Kane blutete direkt richtig heftig am Mund. Und das sah bei mir eigentlich komplett episch aus, was einfach zu Moskau und allem perfekt gepasst hat. Und, naja. Dann ist Ordnung auf dem Titan-Tron zu sehen und macht halt Wyatt nach. Und ist halt falsch rum auf dem Titan-Tron zu sehen und sagt halt, dass seine Welt verdreht ist. Also, die von Wyatt. Und nach No Mercy wird es hier richtig sein. Dann dreht sich das Bild auf dem Titan-Tron. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und Kane nutzt das dann, um halt Wyatt hier zu stecken. Aber Wyatt kann sich dann aus dem Cover so befreien. Und geht dann einfach, das heißt, es gibt einen Countdown-Sieg vor Kane hin. Also, das schadet Wyatt kein bisschen, finde ich. Weil das halt so ihm passt, dass er jetzt Lockdown-Orten suchen möchte. Aber eine Sache finde ich schade, aber die werde ich später auch noch ansprechen. Naja. Danach gab es einen Stair-Down zwischen Jack Sperger und Baron Corbin. Und, ja. Sollte halt auf ein Match, was später zwischen den beiden noch folgen wird, hinweisen. Dann waren wir wieder bei Wyatt, der Backstage ist. Er sagt, Randy, deine Zeit ist gekommen und macht sich auf die Suche nach Randy Orton. Ähnlich wie Orton es letzte Woche mit Wyatt gemacht hat. Und dann hatten wir Nikki Bella gegen Alexa Bliss. Eine echt interessante Ansetzung. Und ich muss sagen, endlich mal ein Einzelmatch. Weil mir ist es auf die Eier gegangen, dass wir jetzt nur Tag Team-Matches bei Smackdown hatten. Weil ich Einzelmatches lieber sehe. Und es auf Dauer auch echt langweilig wird. Naja, Carmella ist am Kommentatorenpult. Und ich denke, da war es jedem klar, wie das endet. Nämlich, nicht clean. Denn Nikki schmeißt Alexa in Carmella rein. Carmella greift daraufhin Nikki an. Becky kommt ihr dann zur Hilfe. Die Faces räumen auf. Und es gibt ein Tag Team-Match in guter alter Teddy Long-Manier. Und, naja, es endet dann sowas. Nikki Carmella aus der Halle jagt. Und Alexa den Twisted Bliss macht und Becky Lynch pinnt. Und das ist wohl der Beweis nach BBI-Logik, dass Becky Lynch den Titel wahrscheinlich verteidigen wird. Weil Alexa zuletzt oben steht. Und das sollte auch eigentlich klar sein, weil für Alexa kommt der Titel zu früh, finde ich. Ja. Aber man hat es an sich und man hat beide Fäden miteinander verbunden und weitergeführt. Also auf jeden Fall auch gut. Naja, auf jeden Fall sieht man dann wieder Wyatt, der Randy Orton sucht. Und er findet tatsächlich den Platz, wo Randy Orton seine Videos dreht. Und, ja, geht dann da halt rein, lacht erstmal so richtig schräg. Und dann kommt Randy Orton und sperrt Bray Wyatt da einfach ein. Wie er es mit Rowan letzte Woche gemacht hat. Nur halt, ob bewusst oder unbewusst, keine Ahnung. Ja, und Wyatt rastet da drin dann erstmal aus. Das fand ich so genial, aber, ja, ich hab wie schon gesagt ein Problem damit. Aber das werde ich gleich auch alles erwähnen. Also, stay tuned. Denn, erstmal muss ich jetzt etwas trinken, weil mein Hals trocken wird. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann auch wieder so eine Ehrung über Row. So schnell Susan G. Komen oder wie auch immer die heißt. Das war natürlich der hier Brian am Start. Der ist ja bei so etwas nicht immer involviert. Und bei SmackDown waren es manchmal fünf Frauen, die einen Woman's Title bekommen. Diesmal natürlich der von SmackDown. Brian hält eine schöne Promo. Und als dann die Musik einmal angefangen hat, dann sagt er, hey, mach mir Musik aus. Ich entscheide hier, wenn ich gehe. Ich bin der verdammte General Manager. Fand ich ganz lustig. Und was ich von diesen Segmenten halte, habe ich bei Rowan schon gesagt. Dann hatten wir ein Tag Team Match, die World Villains gegen die Hype Bros. Und die gewinnen halt schnell durch den Hype Rider. Dann sieht man die Ascension draußen stehen. Das heißt, es gibt anscheinend eine Ascension Fede für die Hype Bros, die dann wahrscheinlich die Hype Bros gewinnen werden. Was ich echt schade finde, weil ich die Ascension halt einfach gerne mag. Und sie hat einen richtigen Aufbau. Echt ein richtig geiles Tag Team. Die auch Tag Team Champions werden könnten. Können. Aber man muss halt irgendwas machen, um noch eine andere Tag Team Fede zu haben bei SmackDown. Deswegen gibt es die halt. Und ich bin aber nicht wirklich interessiert da drin. Dann gab es Missy, wie die Geschichte von Dolph Ziggler wurde erläutert. Mit Dolph Ziggler natürlich als Gast. Und sie gucken sich dann natürlich Zigglers Geschichte an. Es war sehr schön. Denn es war halt extra gegen Ziggler geschnitten, als ob er keine Freunde hätte und ein Loser wäre. Wie es halt passend von Zusemmes Charakter auch ist. Und dann wurde angekündigt, nach Backlash eine WWE-24-Ausgabe, die einfach über Dolph Ziggler geht. Ich meine, what the fuck, war das jetzt einfach nur innerhalb dieses Videos so? Oder kommt das jetzt wirklich? Weil, ja, das würde ich echt nice finden, wenn das wirklich kommen würde. Gerade, da er Zigglers Match auch wahrscheinlich verlieren wird. Naja, Ziggler sagt dann, dass er nicht aufgeben wird. Und es wirkt ein bisschen wie das China-Promo, weil er sagt, dass die Kinder hier halt sagen, du bist mein Held. Und er erwähnt die halt Make-A-Wish. Und, ja, er gefällt mich wieder super am Mike. Und Miss würde ihn die Karriere nicht kosten. Und dann, what the fuck, der Spirit Squad. Zumindest zwei Mitglieder von diesem kommen. Und, ja, ich fand sie ganz lustig, denn ich war nie Wrestling-Fan, als sie halt aktuell in der WWE waren. Aber bei all den Sachen, die ich gesehen habe, dachte ich mir auch ganz lustig. Aber, ich fand sie jetzt hier einfach nur komplett nervig. Ich habe da ein bisschen mit Ziggler rum, attackieren die da am Ende so ein bisschen. Ziggler macht sich halt alle platt und tritt auch noch so ein bisschen in die Flucht. Und, ja, da hat er Ziggler nochmal schön oben stehen lassen. Das ist für mich ein Hinweis, dass er halt verlieren wird. Weil, ihr wisst, WWE-Logik, wer zuletzt oben steht, verliert wahrscheinlich das Match beim Pay-Wabio. Ja, Spirit Squad war da, weil es halt eine Geschichte von Dolce Ziggler spielt halt eine große Rolle, weil das erste Mal das Ziggler in der WWE war. Deswegen war er da und deswegen war es auch sinnvoll. Yo, dann hatten wir Jason Jordan gegen Jey Uso. Das Match geht drei Sekunden und Jason Jordan gewinnt. Danach verpullen die Usos in American Alpha. Und die T-Champions, Stata und Rhyno, machen den Safe. Hier hat man halt sinnvoll die Tag-Team-Fähle vorangebracht, weil da halt drei Tag-Teams im Titel geschehen involviert sind. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es nur ein Tag-Team-Match oder ein Triple Threat-Tag-Team-Match, wer Helene Selle vor allem bei No Mercy geben wird. Naja, dann sieht man mal wieder Wyatt, der halt Selbstgespräche in seinem Gefängnis führt. Es gibt eine kleine Matt Hardy-Anspielung, so fand ich das zumindest. Und, naja, er sagt dann, okay, Abigail, ich bin bereit, nach Hause zu gehen. Und als Orton dann die Tür öffnet, ist mir Wyatt weg. Weg vor allem. Er ist nicht weg, er ist weg. Ich finde ihn nämlich geil. Und, ja, mit der ganzen Tag, dass Wyatt gefangen war, finde ich, hatte ich ein Problem, weil ich finde, Wyatt sollte der sein, der diese, halt, Mindgames macht und nicht Orton. In dem Fall, weil Wyatt, das ist halt sein Charakter. Und wenn dann, wenn du Mindgames zerstört wird von Orton, dann finde ich das einfach schwächt, das bei Wyatt, extrem. Aber nichtsdestotrotz war es cool, um die Fede voranzubringen, gerade auch am Ende das mit Abigail, dass er noch einmal weg war, das unterstrichen, weil es halt die Atmosphäre, das mystische um Bray Wyatt erhalten hat und das Orton ihn dann halt nicht mehr findet und auch mal ausrastet und den Stuhl gegen die Wand schmeißt. Finde ich ganz nett. Dieses Match wird auf jeden Fall cool werden, aber ich glaube immer noch nicht, dass das Ende ist, weil das große Highlight hat mir da gefehlt, weil so etwas Geiles wie der Kinderkorb in der Sina-Fehre zum Beispiel, das fehlt mir hier halt einfach. Naja, dann Marco Torgans und, naja, es hieß letzte Woche, er wird dieses Mal bei Spectrum in den Ring steigen, jetzt, wie dieses SmackDown-Ausgabe heißt, er wird bei No Mercy in den Ring steigen. Ich bin komplett verwirrt, aber er wird jetzt wohl bei No Mercy in den Ring steigen und ja, großgeilig bin ich da auch nicht mehr, ich fühle mich ein bisschen genervt von Kurt Hawkins, muss ich sagen, aber mal gucken, wie es wird. Dann hatten wir Jack Swagger gegen Baron Corbin und das Match wird beendet, weil der Ref im Ankle-Lock bzw. Patriot-Lock von Swagger dachte, dass Corbin tappt, obwohl er ein bisschen auf den Boden geschlagen hat. Das heißt hier, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Kick-Off-Match dann für No Mercy, um dafür noch schnellen Aufbau zu haben, da wird dann wahrscheinlich Corbin schnell gewinnen. Und ja, dann hatten wir auch schon den Main Event von SmackDown, nämlich AJ Styles, John Cena und Dean Ambrose face-to-face-to-face. AJ Styles kommt zuerst und sagt, er hat halt John Cena besiegt, als er die Chance dazu bekommen hat und dann hat er die Chance bekommen, den Ambrose und den Titel zu besiegen. Auch das hat er gemacht und bei No Mercy wird er beide besiegen. Dann kommt Dean Ambrose und er sagt, AJ Styles ist der Clown that runs the town und das fand ich auch extrem cool, dieses Wortspiel. Da hat mir Ambrose auch wieder gefallen und das AJ, die Möglichkeit fair zu gewinnen, einfach weggeworfen hat und er shootet dann noch einmal gegen John Cena. Da kommt auch direkt John Cena und er will was sagen, Styles direkt shut up und wie könnte er sich nur mit einer Legende wie Ric Flair vergleichen? Er wird niemals so gut sein wie Ric Flair, egal wie Flair gewinnt. Stimmt, denn John Cena ist einfach nur so viel tausendmal besser als Ric Flair. Ich bin einfach kein Ric Flair-Fan, einfach komplett überhaupt nicht. Ich bin ihm langweilig eigentlich und kann diesen ganzen Geruhe, auch wenn er es mitmachen würde in der Halle oder so, weil es halt einfach, gut, einfach dazu. Ich kann den ganzen eigentlich nicht viel abgewinnen und John Cena finde ich halt einfach cool, deswegen. Ja, im Ring hat ich ihn da auch mehr drauf, am Mikrofon finde ich auch. Ich finde es ihn ja charismatischer, ich will ihn mit Flair in allen Belangen überlegen. Aber das ist ja nur meine eigene Meinung dazu. Ja, und er soll sich halt nicht um Ric Flair kümmern, sondern um AJ. Dann will Cena auf AJ gehen, Ambrose unterbricht ihn dann und er sagt, dass John Cena die Leute halt unten hält und dass es mit ihm, mit ihm die in Ambrose nicht klappen wird und dass Cena keinen Respekt vor ihm hat, weil er nie Sinas Arsch wie andere geküsst hat. Und, naja, dann sagt John Cena, Talk ist cheap und es entsteht ein Roll, wo John Cena erstmal Ambrose angreift und ihn an AA verpasst. Dann nimmt er den Titel und hält ihn hoch, wie auch schon letzte Woche, aber dass schon letzte Woche das Ende war, war es klar, dass es hier nicht das Ende werden wird und gerade das wäre zu schwach gewesen für eine Go-Home-Show. Naja, dann kommt er mit einem phänomenalen Vorarm, hält den Titel hoch, dann kommt Ambrose, hat ihn um mit dem Dirty Deeds und hält den Titel auch hoch und das fand ich was schön gemacht, so hat jeder einmal den Titel hochgehalten, seinen Finisher gegen jemanden von denen gezeigt, keiner sah jetzt komplett schwach aus oder so und das ist in der letzten Woche ganz rumgestand, Ambrose jetzt ganz rumgestand, hier erinnern wir uns, WWE-Logic, deswegen wird er wahrscheinlich Styles verteidigen, gerade weil Cena doch, glaube ich, nach diesem Event auch weg sein wird für Erden was und Ambrose auch, glaube ich, bald einen Film dreht, also ich weiß gar nicht, wenn das stimmt mit Ambrose, wie sie an dem Main-Event schön füllen wollen bei SmackDown, aber ich vertraue denen, dass sie da irgendwas finden. Er ist jetzt gerade ein gelungenes Ende und ja, was war besser Raw oder SmackDown? Das ist sehr schwer, denn SmackDown war die kompakt bessere Show, aber diese Woche gewinnt für mich wieder Raw, einfach aus dem verdammten Grund, dass Sascha Banks den Titel gewonnen hat, das geht mir schon ähnlich wie bei uns, ich gönne sie ja so krass und es war von jetzt auch keine schlechte Raw, die konstant schlecht war oder so etwas, die durchaus gute Momente hatte und halt eigentlich kaum einen schlechten Moment, also ganz, ganz knapp gewinnt für mich diese Woche Raw, damit steht das sechste von für Raw, das war's von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen und noch einmal eine Sache, die ich sagen wollte, meine Reviews sind nicht wirklich sehr professionell, also wenn man jetzt zum Beispiel die mit denen von Pirkex vergleicht, denn die sind es, die sind, finde ich echt gut, die höre ich mir oft auch an, denn meine sind halt einfach spontaner und einfach nicht so professionell, aber so ist halt meine Art und Weise, das wollte ich nur einmal gesagt haben, jetzt auf jeden Fall Tschüss, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.